Mit der Spirale nach oben bewegen kannst du jetzt mehrere Gegner angreifen. Sturzangriff wird nach dem Besiegen von 25 weiteren Gegnern ab. Was? Mit RS? Rechter Stick? Die Hand noch ab! Okay, ganz weiter! Aber wir müssen Energie aufsammeln. So. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie nicht davon fliegen. Das ist das neue Hauptkartier. Hallo, Opa. Die Träger kommen die Reinen überwinden. Weitere Träger kommen die Reinen überwinden. Ich beweibe schon. Ja, ja, ich komme schon. Ja, ich komme! Damit der Macke, ey. So, wir müssen nicht alle schaffen. Also es reicht, wenn wir einen schaffen, soweit ich weiß. Mal gucken, wie weit wir kommen. Na los! Schwung! Bisschen Energie. Hallöchen! Können wir... Starten jetzt beide? Ich wollte was sagen. Also beide könnte ich nicht beschützen. Das ist so, ich leid, hat noch nichts zu frühstückt. Ja! Beschütze die Träger! Die Jungeulen müssen ins neue Hauptquartier! Ich sag mal, gut, ist Funkler schön und gut hier in der Art und Weise. Aber, ähm... Ich will halt nicht, dass die irgendwie jemanden angreifen hier. Und daher... Lieber erst mal mit meinen ganzen Leuten dann attackieren lassen. Ich kümmere mich um den hier. Super. So muss es sein. Den habe ich. Er ist weg. Okay, was auch immer. So, jetzt muss ich mir ein bisschen Gas geben. Ja, 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 ich beiebe mich schon. Ich muss meine Energie aufladen. Das ist zu leicht. Tot den Schwächlingern. Du kannst nicht... Tot den Schwächlingern. Okay. Okay. Na, komm schon! Ja, jetzt auf damit! Ich bin doch schon dran! Lass sie in Ruhe jetzt! Dammter Hacke hier! Klammenklauen von der Winden, Bitch! Ja, wie auch mal! Träger-Team im neuen Hauptquartier angekommen! Träger-Team im neuen Hauptquartier angekommen! Weitere Träger-Team sind bereit! Ja, äh, es wird... Ja, nee, ist klar, Fräulein! Kehre zur Basis zurück! Ich hoffe, du kannst einen Haufen Meiseeier legen, nach diesen... Stapazen, bist du mir einiges Schuld, einiges schuldig, Mädel! Mua! Ich kenne das Rappel, ich! Uuui! Weißt du was, Leute? Ich habe eine Idee! Okay, wir machen jetzt mal was ganz lustiges! Ich versuche mal, ob das funktioniert! Und zwar holen wir uns einfach jemanden jetzt mal mit in die Party rein, der mit uns ein bisschen quatschen kann! Aber ich glaube, dafür müsst ihr das Ding uns einschalten, ne? Aber versuchen es mal! So, wir müssen ein anderes Headset noch dazu holen! So, ich weiß ja, wenn man es labern hört, ich glaube schon, ich werde ihn wahrscheinlich nicht labern hören. Ah, das ist alles gerade so ein bisschen... Oh, es war einfach mal so gedacht! Versuchen wir es einfach mal! So! Meine Freunde! Kommen sie? Ja, sind auf dem Weg! So, wir werden die drei sich um die drei kümmern. Na, wir machen mal kurz ein bisschen mit hier. So, damit sind wir die jetzt auf einem Wege schnell losgeworden. Super! Grandios! So, jetzt haben wir auch wieder alles voll. So, wir werden... Und die kümmert sich schon jemand. Ich bleib ein bisschen hier in der Nähe. Ah, das war's schon, Mist. So, das ist wieder aufgeladen. So, auch wieder aufgeladen. Beschütze die Träger! Die Jung-Eulen müssen ins neue Hauptquartier! Ich mach das! Ich mach das! Ich bin dran! Die Jung-Eulen müssen ins neue Hauptquartier! Mal werfen! Hier kann ich nicht! Mal sehen, was ich tun kann! Alter, das müssen wir sein! Aber wir haben ja! Ich mach mich nur Ärger, ich mach auch! Scheiße! Und einmal gegen die Pfand gepfeffert! Oh, mit dir! Schön! Alles geregelt! Mal aufladen hier! Ah, Hallöchen! Du bist live in deinem Let's Play mit dabei! Ich weiß nicht, ob man nicht mithören kann! Ach! Mein Vollerherz! Ja, ich weiß noch, ob man dich jetzt hören kann, weil letztens hatte ich eigentlich Probleme damit! Ja, die Träger konnten die Reihen überwinden, nicht mehr so gut! Mitten im Satz bricht sie ab! Ja, ja, genau! So, du hast kannst ja Diamantensturm freigeschalten! Kauf es dir in der Waffenkammer! So, was haben wir denn? 10 Minuten 40 haben wir gebraucht! Das ist weit über ausgezeichnet! Das ist sehr schlecht! Verlorene Träger, 0 ausgezeichnet! Aber trotzdem haben wir Gold! Ach so, ging um die Träger! Ja, diese Leute haben alles drauf! Kein Problem für uns! So! Kampf! Drücke X, um Schlagangriffe auszuführen! Drückst auch immer ganz gern X! Ja, ich habe jetzt gedacht, dass hier nochmal was Neues ist, was Interessantes! Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob man dich überhaupt hören kann! Dein Job ist es, sie anzuzünden! Wir haben die Teitonen aufgefordert, sich uns anzuschließen! Die Reinen haben zwar zugeschlagen, aber viele wollen retten, was zu retten ist! Ohne Hilfe finden sie unser neues Hauptquartier nicht! So, ja, da haben wir jetzt, äh, eine neue Aufgabe! Die Fackeln zeigen unseren Verbündeten den Weg! Zünde sie alle an, mein Freund! Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder Energy holen! Und dann mal schnell losdüsen! Diesen Typen hier anheuern! Anwerfen! Ah, ich bin hier Freund! Ich bin... Also, wir haben in Ruhe! Ich muss anzünden! Keine Zeit für die Reinen! So, ist es noch wieder! Juhu! So! Den müssen wir anfeuern! Ah, gut gemacht, Freude! Hast du gehört? Bin hier, hat gesagt, ich bin hier Freund! Hey, fick dich! Hau auf, blöde Krieger! Ich muss Dinger an... Ah, scheiße! Gib ihm! So ist gut! Was machen wir denn jetzt? Ah, röpsen! Ja, das ist ein professionelles Let's Play, was wir hier am Starten sind, meine Damen und Herren! Ja, ich muss ja auch weg! Genau! Ja, ich muss ja auch weg! So, ich war ja nicht mehr viel für die Ballistik! Ja, ich muss ja auch weg! So, ich war ja nicht mehr viel für die Ballistik! Die können nachts besser sehen als tagsüber. Und die brauchen immer noch Fackeln. Mein Gott, das hat die unterbelichtet. Hey, los! Geht doch. Da ist eine Fackel. Nein, nein. Nein, nein. Die trauen sich bei dem Wetter raus. Ich bin auch draußen, du Schmong. Halt, geh weg. Ich habe nicht nur da eine Übung, mein Schnuckelchen. Ich kann dich nicht treffen. Deswegen habe ich dir auch gerade eine Triple-Kombo verpasst. Ein Over-Kombo. Fünffach. Und das nur, weil ich dich nicht treffen kann. Sechsfach. Siebenfach. Und hier kommt die Nummer acht. Und hier kommt die Nummer neun. Komm schon. Flammklauen. Flammklauen. Ja, habe ich den Flammklauen aktiviert. Gar kein Problem für mich. So, dann wollen wir jetzt noch mal ein paar heiße Kohlen holen. Heiße Kohlen holen. Gut gemacht, Freund. Aufgepasst. Reine im Anflug. Prima. So, ihr drei kümmert euch um diese scheiße Reinen. Und ich sucht der Weile mal Feuerträger. Da unten. So, dann gib mal deine Kohlen Spacken, Alter. So, also muss ich mich ein bisschen beeilen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass die nach einer Zeit... Ja, das wollte ich gerade erklären. Was heißt das jetzt noch? Nur noch ein paar Fackeln. Aua, scheiße. Jetzt habe ich vergessen, darauf zu achten, wo ich hinfliege. Und der Boden kam verdächtig näher. Gut, weiter so. Aufgepasst. Reine Rücken an. Ne, ich habe morgen mal Ruhe. Toller Ruhe. Du hast schon Übung, nicht wahr? Okay. Entschuldige, den Sinn der Anklage. Ne, aber ich darf mir aussuchen, wann ich zu diesem scheiß Seminar hingehen will. Und, äh, weil ich jetzt dann den Stormstar gefragt, wann er so frei hat, und dann hat er gesagt, ja, dann und dann halt. Und, da ich gesagt, ja, okay, dann nämlich dann und dann halt. Und, ja. Das heißt, morgen wird den ganzen Tag mit ihm gesuchtet. Und, na, na, ich will noch, ja, macht den Blitzschang aus, er bringt wirklich null. Ja, auf jeden Fall. So. Ich verstehe mich noch nicht, meine Höhle. Der Sturm lässt zwar nach, aber wir haben größere Probleme als ein paar Tropfen Regen. Ich bin jetzt, äh, die ging mitten ins Feuer und packen sich dann heiße Kohlen mit den, äh, mit den Füßen, ey. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt, ähm, glaube ich, an dem Limit angekommen, wo wir mal eine kleine Pause machen werden. Wir haben hier schon wieder mundfusselig geredet. Obwohl ich diesmal wirklich wenig geredet habe, komischerweise. Na ja, oh, er ist auch ein genüsslicher Strecker von meinerseits. Äh, ja, äh, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr diese Bögensmission gerne sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Schrotet es mir in die Kommentare. Äh, ja, ansonsten hoffe ich, sieht man sich mal online. Tschüss.